hallo und herzlich willkommen bei blanket movies ja einige waren vielleicht heute schon auf meiner youtube seite und nein ihr seid nicht mehr blau von gestern das liegt daran dass sich das design ein wenig verändert hat und heute möchte ich euch in einem kurzen tutorial was wir ein bisschen fortgeschritten ist erklären oder zeigen wie man sich so ein design macht die die jetzt noch keine ahnung haben überhaupt keine ahnung von youtube designs haben gucken am besten am schluss des tutorials noch mal in der video beschreibung da ist ein link zu einem anderen design tutorial von mir wo ich auch halt die grundlagen mit fire shot und sonstigem erkläre also einfach meine beschreibung nachschauen wir gehen mal ins photoshop und da habe ich jetzt auch schon mein fire shot screenshot vom alten design natürlich noch geöffnet und hier muss ich jetzt wie gewohnt erstmal das ganze raus kopieren was nicht zum youtube hier oben gehört und dazu schneide ich mir das einfach aus und machen wir dann eine neue datei mit den maßen die er mir vor gibt und dort füge ich das design dann ein so wenn ihr jetzt hier oben seht ist ein bisschen grau mit gekommen das ist nicht schlimm das könnt ihr entweder jetzt noch mal nachträglich entfernen oder ihr lasst einfach wenn es ziemlich klein ist das nicht so schlimm ich mache es jetzt noch mal weg ich will ein ordentliches ergebnis haben so ja nun habe ich hier mein altes design ohne render ohne gar nichts und werde mir jetzt erstmal eine kleine hilfe mit so hilfslinien machen damit ich dann später und das design eingeblendet zu haben besser mit arbeiten kann dazu klicke ich hier in diese in dieses raster hier ein und halt die maus gedrückt und dann kann ich hier so sachen runterziehen also so hilfslinien und die setze ich mir jetzt zum einen hier hin also hier endet der obere bereich hier beginnt er und dann brauche ich noch eine seitlich auch hier einfach ins raster klicken gedrückt halten und setzt mir die eben hier hin hier ist von youtube das fensterchen zu ende genauso wie hier und somit habe ich schon mein raster jetzt kann ich mir noch für diesen unteren bereich hier eine hilfslinie anziehen bisschen drüber setzen großzügig wollen wir sein und ja dann habe ich das eigentlich schon getan und dann kann ich vorerst auch erstmal mein design ausblenden und mit dem hintergrund anfangen ich mache mir eine neue ebene fülle diese beliebig aus und gehe jetzt hier mit doppelklick in den ebenen stil und werde mir erstmal eine verlaufsüberlagerung machen so wie es jetzt im design im aktuellen ist ist das ein bisschen sommerhaft schwimmbad mäßig zwar alles schön in blau gehalten deswegen mache ich mir hier ein etwas dunkleres blau zu einem etwas helleren blau das ist meine verlaufsüberlagerung und wenn ihr das jetzt hier rauszoomt seht ihr unten ist es dunkel oben ist es hell wichtig jetzt ist sich diese untere dunklere farbe zu sichern dazu nehme ich mir mal hier die pipette und nehme mir hier unten wie ihr hier sehen könnt ist die farbe gewechselt also ich nehme hier diese farbpartikel und dann wird das als vordergrundfarbe eingefügt das ist wichtig für den nächsten schritt und zwar ziehe ich jetzt eine auswahl um das ganze objekt also mit strg und a und sage dann auswahl verändern verkleinern und nehme hier 20 pixel dann kann ich die auswahl umkehren und diesen rand hier mit der dunklen farbe füllen und dann kann ich auch die auswahl wieder aufheben und natürlich das ganze auf einer neuen ebene nicht so wie ich es gemacht habe und dann habe ich hier erstmal so einen komischen hässlichen rand der hier unten nicht mehr sichtbar ist kurz als info zu dem rand das dient das dient ja kann man sagen den besseren übergang zum youtube hintergrund weil in youtube könnt ihr ja nur als hintergrundfarbe eine farbe auswählen also nicht im verlauf und deswegen werde ich dann diese dunkle farbe im youtube als hintergrund wählen und habe dann einen besseren übergang so mit diesem rand mache ich jetzt noch folgendes ich gehe in den weichzeichnungsfilter gauscher weichzeichner und weichzeichne das hier etwas großzügiger und wie ihr seht ist dann der übergang nicht mehr so heftig und man kann es als übergang verwenden so nun können wir uns unsere oberfläche machen wie wir das hier in grün hatten oder wie ich es in grün hatte sagen wir es mal so ja für die ganzen youtube eigenen sachen quasi die das ganze hervorheben soll es soll ja nicht nur ein hintergrund sein dazu habe ich jetzt wie auch letztes mal schon das abgerundete rechteck genommen weil ich das besser finde wenn es nicht so kantig ist und hier habe ich auch ein radius von 20 pixeln drin das ist halt der radius der rundung die dieses abgerundete rechteck haben soll ja jetzt kann ich mir hier hingehen auf diese linie beispielsweise und ein bisschen großzügiger an was die seiten betrifft vorgehen und mir das so weit runter ziehen wie es haben möchte ich mache es jetzt mal nicht ganz nach unten und dann ziehe ich mir dieses abgerundete rechteck hier hin und kann die ebene dann auch erstmal rastern und am besten diese schon umstylen und dazu mache ich wieder eine verlaufsüberlagerung in den farben nehmen wir mal ein dunkleres blau am ende ein helles blau in der mitte und ein dunkleres blau am anfang und dann kann ich mir angucken wie das so in etwa aussieht ja das gefällt mir jetzt werde ich hier noch mal den hintergrund etwas anpassen weil mir die untere farbe doch nicht so sehr gefällt ein bisschen zu dunkel ist ja so sieht das schon etwas besser aus und nun kann ich dem noch einen schönen rahmen geben damit man das auch besser unterscheiden kann dazu mache ich nicht jetzt wie gewohnt hier im ebenen stil eine kontur rein sondern nehme mir die auswahl von der form hier einfach strg gedrückt halten und auf das ebenen fenster hier klicken dann zieht euch die auswahl und dann gehe ich auf erstmal eine neue ebene und dann auf bearbeiten kontur füllen fünf pixel ist jetzt der wert den ich haben möchte ich möchte sie in so einem etwas dunkleren grau haben und er soll sie mir mittig machen so dann bestätige ich das ganze kann die auswahl wieder aufheben und wie ihr hier vielleicht sehen könnt hat er jetzt eine kontur erstellt ich werde das jetzt noch mal rückwirkend um ändern indem ich vielleicht das ganze mal auf außen stelle und das gefällt mir doch um einiges besser dann ist die kontur auch doch etwas größer und stärker die farbe könnt ihr dann hier über doppelklick und farbüberlagerung auch immer noch ein bisschen anpassen heller dunkler machen machen es mal in dem beispiel jetzt vielleicht ein bisschen dunkler und dann habt ihr das soweit schon fertig so nun können wir hier diese schnittpunkte noch setzen damit sich das obere vom unteren trennt genauso wie diese zwei bereiche und dazu hatte ich ja hier meine hilfslinie gemacht für den oberen und unteren bereich ich mache mir jetzt hier einfach eine auswahl mit dem auswahlrechteck werkzeug und der setzt ihr euch automatisch hier in diese linien rein also wenn ihr dann mit der maus hier in eure hilfslinien klickt so die kann ich mir jetzt einmal von natürlich nicht von der ebene sondern von der formebene hier einmal entfernen genauso wie von der kontur ebene so auswahl aufheben und somit ist jetzt hier eine lücke entstanden und diese möchte ich auch zwischen diesen zwei bereichen machen wo einmal die infos sind einmal die abonnenten dazu muss ich mir jetzt auch noch mal so eine hilfslinie ziehen die ich vorhin vergessen hatte einmal hier hin und einmal hier hin so das war 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 Vielen Dank.